Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play TTT Ihr seht die Leute die dabei sind auf dieser winzigen Map Die ist echt klein, das muss man mal so sagen Aber mit Shiresort Shiresort, ja Shiresort Das ist wirklich das Gebäude Ja, das ist wahr Haben die irgendwie die Sounds von den Waffen verändert? Die hören sich viel geiler an Nee Ich weiß ja nicht, ob du so stehst, aber Immer noch genau dasselbe wie immer Also ich hab das Gefühl Das Gefühl, dass diese Karte Echt überdimensioniert ist Oh ja, hallo Uh Andi, wir sind der Erfolge Oh ja, schön Da hab ich's ne, da hab ich's ne umgebracht Da ist's ne, bring mich um Nein Wo sollt ihr so was tun? Lad doch mal nach, Johanny F Soll ich jetzt schießen? Nee Du hast gesagt, ich soll nachladen Ja, nachladen Ja Ja Äh Jorni hat mich angeschossen Ach wahrscheinlich Der Idiot ist runtergefallen, der Holzkopf Ähm Was ist denn hier los? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Der hat keinen Namen Ja Johanny Ja, Grievous Ich glaube dir nicht Ey Ey Wann war er sich wirklich angeschossen? Der ist runtergefallen, der Edelige Der snipet ihn da Scheiße, dann an der Kandamen Au Ach, fuck off Nein Verdammt Wo ist er, wo ist er? Hä? Komm schon Nein Das ist dein Ernst Das ist dein Ernst Ich find schön Ich find schön, dass der Detektiv sagt, dass Ne ihn umballert Aber hey Ist ja erstmal zu ignorieren, ne? Aber Goomkamp ist das Neid meitzig Was ist mit mir? Goomkamp ist das Neid meitzig Kannst vielleicht das Neid meitzig Aber dazu gehört nicht viel Vor allem, ich hab einfach so tausend Jahre gebraucht Um zu sehen, dass der keinen Namen hat Ja Einmal konnte er so durchgelaufen Da liegt ne Leiche Am Anfang wurde geschrien Warte Wer war mein Trainerkollege? Snay ist es Der läuft dann nicht vorbei Ich bin Verkleider Da liegt ne Leiche Ja Hä? Wieso hat denn der keinen Namen? Und dann war er weg Ja Weißt du, ich dachte das wär ein Bug oder so Nee Ne, wir brauchen mehr nachzulaufen Ich dachte ich mir Ich bin ja gar nicht im Oh das Eis Da rutscht man Weeeeee Ich will auf Eis rutschen Auf Eis rutschen Oh Weeeeee Na nicht klar was ist denn hier los? Wenn ich sterbe ist Weeeee Äh Wenn ich sterbe ist es Krimus Krimus nein Mach es doch nicht Klappe Ehm hat jemand gerade nicht Bug erschossen? Der hat das nicht da so ne? Das hat der gesagt Ja nichts Und dann Warte mein war es Wann war oder? Wieso Weil ich war es nicht und ihr zwei war es dann auch nicht oder? Das ist inne in der Map, das ist aber schön gemacht Schlitzschuh Schlitzschuh Ne Sicher? Ne Lang gehts hier Eis schreck hier noch? Was wo gibt es gleich? Oh nein die Map hört auf, die Map hört auf Die Welt ist noch ne Scheibe Kann man immer noch sagen wo Goom eigentlich ist? Der ist ja immer noch näher es kommt vom Bett anzeig Die Welt ist ne Scheibe Ne dann ist der wahrscheinlich nicht tot und hat jemand WTF Was ist denn? Ich hab wieder so nen Kackbogen Ich hab Goom gefunden Ich hab Goom gefunden Ich hab Goom gefunden Immer noch Goom gefunden Der war eh noch Außer es war ne Fake gleiche Johani? Nein nein ich schieße nur in die Luft Johani gleiches Spiel Mann was jetzt? Die gleiche Spiel Das ist wie ganz gleiches Dumm Da warst du Hä? Alkohol? Ja Ich hab da sie zugesoffen Ja wahrscheinlich Oh ihr hattet der Traitor Ich weiß ja nicht was man im Osten trinkt Rotkäppchen wahrscheinlich Nein der Traitor ist tot nein Oh Was anderes DDRiges kenn ich nicht Wer es tut? Wer es tut? Der Dede Ach du Scheiße Oh Scheiße Ja was tun wir denn jetzt? Ich würd mal sagen Wanva töten oder? Wieso Wanva? Keine Ahnung Weil's Wanva ist Hier Goom Ja wo? Wie fällt's jetzt der Erde runter? Wir haben aber noch zwei Traitor ne? Nein Von der Scheibe Und tschüss Nein! Wer ist es dann? Ja du vielleicht? Ne ich bin's nicht Müsst ich doch wissen oder? Müsst du doch wissen ob ich der Erde bin Hey Wir sind hier nicht Ja weil du auf mich geschossen hast Wann war dein Ernst? Doch kaum auffällig Wo ist denn der Snail jetzt noch? Der Snail? Ja Äh Alter am Ende der Karte so glaube ich Ja ich bin gerade auf dem Weg zu dem Wir haben auch nichts mehr so viel Zeit Das ist nur 5 Minuten Ja Nur noch 5 Minuten Ja es ist bei der Map einmal durchlaufen Es ist wahr Ich sehe hier nur noch Wald Ich hab doch einmal kurz den Joani gesehen Oh scheiße Der ist bei mir irgendwo Wo? Ja wo bist du? Nein Sag nicht im Schnee Ach ihr seid tatsächlich in der Nähe Hab ich den gelaufen? Hier in der Nähe Scheiße Ja was ist Ah klick klick Kriegste hin? Nein ich krieg's nicht hin Ich krieg nie was auf die Reihe Ach Wo ist er jetzt hingelaufen? Ah da ist er Ah fuck Es ist selbstbewusstsein Haa Hatte ich mir auch nicht so Nee Wann war Wann war Ja was ist dann? Wann war Jetzt bist du alleine Tut mir so leid Oh nein Oh nein Ich hatte Wow du musst Wie viel HP hast du noch? Ganz ehrlich wir haben nicht 22 Also ich sag dasselbe Spiel mir nicht wieder dass du wieder Traitor sein sollst Hehehe 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 Wenn du mein Defi aufnimmst Nö Diesmal nicht Doch Er klaut aber Nes Sniper Du hast mein Du hast mein Du hast mein Defi aufgenommen Du Sack Ja ohne Sniper Ja ohne Sniper Ne ohne Sniper Meine Sniper Meine Sniper Ja hättest du machen dürfen ne Ja aber du hättest dann gleich ne Waffe Und ich hab bloß Was hatte ich ne Sniper War nicht gut Auf Nahkampf mit Sniper also Ja genau genau ich hätt dich sofort als Ich hätt dich sofort als Traitor hier Detektiert Hier gemacht ne Detektiert Detektiert genau Der 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 mich rettet den du dich sofort als Traitor in den identifizieren rumlieben Das ist Johanny Ja Was hast du vor Weil du dich töten Nein Andi Das will ich nicht machen Warum Warum ne Weil ich Detektiv bin Weil es Wann war Wo Wo ist der Will ich ne Wer ist denn eigentlich Ach Gumm Geht weg Ach Gumm Gumm Hey Gumm wohin Gumm fliegt Völlig losgelöst Oh nein Oh nein Sonst wie Ganz ehrlich ich will Wann war es einfach deswegen töten weil er jetzt schon singen möchte Lol Das war doch nur ein Ständchen für Gumm Äh 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 Gumm Gumm bist du tot? Nee Bist du unter der Karte? Nee Über der Karte? Ja Bist du dumm? Ja die ist ein bisschen verbuggt äh was das äh Cardboxing angeht Andi warum schießt du auf mich? Das war bestimmt seine erste Map und dann hat er den Cheer Research gemacht Ja Was wirklich? Ja Dann bist du auch noch vollkommen in Ordnung Sagst du Was ist das? Nee Wann war Wessen das? Die ist geiles Soll ich dich nochmal Nullskoben so wie vor uns? So ne Frage seht ihr die Berge da in der Ferne? Ja Nullskoben Wann war? Es wurde gerade gesagt Wann war wärs und auf jeden Fall ist der noch tot Es hat einfach nur jemand Wann war gerufen Wann war? Ich bin bei Wann war Ich hab ne Shotgun Ja und aber es hat jemand Wann war gerufen es wurde nicht dementiert also würde ich sagen der Typ ist tot Ja natürlich wird das nicht dementiert wenn jemand der schreit stirbt Wann war gerufen? Wann war gerufen? Wann war gerufen? Ja ich würd sagen Wann war ist es Also ich schieß auf diejenigen die auf mich schießen Ok ok das weiß ich Macht ja gar keinen Sinn dass du das machst Oh Hey das war ich nicht Nicht Aber das tut mir jetzt leid Verdammt Ach Griebel Das tut mir leid Tut mir leid Hey Verbrände die Leiste Gummah Gummah Ich stand hier Hab nen Schuss abbekommen Griebel stand hier Oh fuck was war das? Hier ist was explodiert alter Aber hallo Na wolltest du ihn wiederbeleben Griebel? Wolltest du ihn wiederbeleben? 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 Äh Sind wir doch Andy Es ist zu warm 30 Grad 40 30 Grad Und das Wetter wird better Was? Das ist nicht gut bei dir Ne Also ihr wisst ne Ne Noll Nein Das ist ein Wetter Ja Oh nee Ach das war Johann Wolltest du ihn wiederbeleben? 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 Komm zum Schein Ja ja was ist das für eine fette Leiche Alles liegt dir rum? Wie sensest du was? Mhm Aber es war ein bisschen zu viel ne Big Mac und so gegessen Ja was ist mit Wann war? Wie sollst du ihn zum Spawnvang kommen? Wolltest du ihn wiederbeleben? Wolltest du ihn wiederbeleben? Siehst du was? Guck mal Ich sehe dich nicht Ich war's gerade ganz gut zu sehen Ach so, ich dachte, ich soll nur die Leiche identifizieren. Nein, du sollst einfach hier mal zum Chill kommen. Okay, ja, ja, komm, ich bin auf dem Weg. Finde ich gut. Ach, komm, Turm mit dem Tee. Außer der Leib raus. Alter, ich bin ja geprovet. Ja, genau, schmeckt raus. Ist ja cool. Wann war es tot? Was? Ich bin geprovet! Hä, du hast wann war getötet? Alter, wo bist du denn? Der einzigste, der wirklich geprovet war? Naja, wenigstens wissen wir das jetzt. Ja, noch? Weißt du, wo ich bin? Guck mal. Ja, ja. Ich will es nie, ne? Ich will es nie, ob es weh ist. Ah, schön. Deswegen, ich krieg keiner. Guck mal, da. Hast du noch Punkte? Nee, es bringt mir nix. Hast du noch Punkte? Ja, hab ich. Weißt du, ist ja was los. Wir machen jetzt... Einmal Radar und einen gibt's mir. Hinter dem Film Sniper. Was soll ich gegeben? Einen Punkt. Achso. Guck mal, der jetzt hier wieder raus. Ist doch ein Zug auf der Radar. Hab ich. Bitteschön. Ich glaub, du kommst da nicht mal raus. Doch, doch. Sicher? Der ist sieben Kilometer in der Richtung, Alter. Ja, ich weiß. Ah, siehste. Der hängt hier an. Alter, sieben Kilometer? Wir müssen hier einen Heimmarathon laufen wegen dem. Irgendwo hier vielleicht? Hast du dich wieder verpisst oder was? Ja. Ich versuche hier rauszukommen, um den Fähren entgegenzutreten. So. Oder ist das etwa verwerflich? Nein. Ja. Oh, ich glaube, du hast es geschafft, oder? Ja, ich lauf jetzt halt nur in der Luft. Äh, da oben ist er. Da oben, da oben. Da, ganz oben, über die Bäume. Ganz oben! Ja. Niemals! Ihr kriegt mich nicht. Wie er davon fliegt. Ja. Und wie er voll aufs Maul gekriegt hat, oder? Mmmmm. Alter, du bist der beste Scherz. Alter, acht Kilometer? Acht? Verfickte Kilometer? Ja, das ist halt der Himalaya, ne? So, ich hab zwei Leute weggesnibbeln. So, passt. Ich glaube, ich geb wieder den Vermeintipp an. Hä? So, du machst den Knick. Ja, der kommt schon hier an, keine Angst. Kommt hier schon an. Ey, dann macht der einen Bogen. Aua! Ich bin angesnipet. Weißt du, dass wir übelst doof sind? Ja. Wie willst? Wir werden ihn so einfach umnieten können. Wie denn? Na, Pinkerton. Was? Was? Diese komische Taube? Diese komische Taube? Die gibt's nicht mehr. Wie viele Leute? Glaub ich. Also. Andy, wo ist denn der jetzt hin? Anni, lebst du noch? Nee. Ist nicht gut. Ich hab den Pachtvertrag mit Navokan nicht mehr abgeschlossen. Anni, ich verstehe ob's, wo ist der? Ich... Der ist... 700 Kilometer in der Richtung, wo du hinziehst. Was? Sorry, man weiß ich nicht richtig hab vorhin. Ich hab irgendwie aus Reaktion, äh, Wanwa geschrien. 7 Kilometer, 2 Kilometer. Das ist... Oh, wie dreck so. Guck mal her. Wasser. Die Anna trifft den Pisser. Mach'n Punkt. Mach'n Punkt. Scheisse. Du hast'n Scheissdreck. Ich weiß ja jeden Schott. Ich hab irgendwie aus Reaktion Wanwa gerufen. Ja, das ist immer die erste Reaktion, ne. Das ist ganz normal. Oh, Andy war so lauer Hell. Ja, es gibt zu leben. Halt gleich. Alter. Ein Schuss noch. Also ich weiß nicht, sollte mir das erbieten, da hoch zu gehen, oder? Ja, eventuell. Okay, dann darf man da nicht mehr hoch. Dann auch nicht in die Wand fücheln. Ey. Das ist gemein. Tö. Vor allem, du hättest jeden da hinrufen können, ne. Aber... Den einzigen Kluven. Ja, mein Gott. Hat der ja auch nicht geschadet. Ah, ja, da hinten. Entweder ich oder die anderen hätten nicht ungebracht. Seht's mal so. Stimmt. Wow, ich hab' immer sechs Punkte. Wow. Ich meine, ich hab' oft genug auf dich geschossen. Jetzt bin ich aber Innozent. 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 Und da läuft die Hanni. Ja, hier läuft die Hanni. Ja, hier läuft die Hanni. Habst du gerade ein? Ja klar, kaufe ich ein. Na, das ist ruhig. Da hab' ich eingekauft. Seidens M4. Hehehehe. Funktioniert das? Funktioniert das? Wo ist das Haus? Ich kenne mich hier. Ah, ja, ich bin blind. Also... Ah, guck mal. Nach oben. Doppelt mal nur. Oha. Ja. Oh. Hihihi. Ich bin die ganze Linie dahin. Juhu. Ja, okay. Snee, wo bist du? Komm her, Snee. Kann es sein, dass sie mir ein bisschen verpackt ist. Bisschen sehr. Du bist wahrscheinlich gar nicht untergefallen. Wo ist denn der? Wenn ich den Snee bringe ihn um. Wer ist denn jetzt Chaos? Wo ist? Rani, du bist du scheiße. Stopp. Alter, ich hör' Man-Hacks. Achtung, Rani, hinter dir. Die gehen nur auf Indos. Also, ich bin, ähm, Indos. Ja, das ist wahr. Ich bin's nicht. Ja, Snee ist tot. Gar nix mehr. Was ist auf dieser Karte eigentlich los? Ist er tot wann war? Nee, noch nicht. Snee ist tot. Scheiße. Wo? Das ist der Scheißding mit der Sniper nicht. Oh, sorry. Ah! Hilfe, Andi! Der erste Tote kam mir ja gleich mal zu funky. Alter, nein. Sorry. Ey. Guck wie du bist. Ich hab einen schönen Ort gefunden. Au. Tag. Exo, du musst jetzt ruhig sein. Wir sind mitten in der Aufnahme. Ja. Und guck mal, du hast gerade die Hosen unten. Für die Aufnahme. Wo bist du denn? Na der Zeit konnte ich nicht mehr hingucken. Awww. Awww. Die bestaunen gerade alle sehen seine rosa Buchse mit lille Herzen. Aber aus richtig. Seid er. Das ist kein Friendship Beam mehr. Das ist echt keine gute Idee, glaub ich. Irgendwie wird das nix. Nee. Sorry, nee. Ich hab's irgendwie verkörpert. Hast du das Neon genietelt oder was? Nein. Nein, das war ich. Aber ich seh ihn nicht. Ich weiß der steht genau vor ihm. Ich seh ihn nicht. Ja, wir sind ein Beispiel, Andi. Nimm ein Beispiel, Andi. Kannst du eigentlich? Kannst du eigentlich? Kannst du eigentlich so schlechtes Ebenen? Ich hätte dich abgenommen, wenn du auf die einfach geschossen hättest und dann die Wege getroffen wird? Ja, ja, ja. Ich seh ihn nicht. Aha. 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 Ach, das ist ja höchst interessant. Ist ja höchst interessant. Ist ja höchst interessant. Ist ja höchst interessant. Hey, was ist gut? Oh shit. Äh, was ist denn hier? Andi! Fuck! Da, ich hab ihn gekillt. Ne, oder was tut das? Ich glaub, weiß es nicht. Seid ihr gerade auf einer neuen Map? Nein. Äh, ja, du warst es. Ah, du bist auch Proven Inno. Okay. Weil, Punkt, noch drin gewesen. Oh, ist Johanni das noch? Hallo. 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 Achso, du darfst Grievous töten. Was? Wieso? Hä? Ich bin's nicht Grievous. Äh, weil das der einzige ist. Wo ist Snake? Wo ist Snake? Wo ist Snake? Warte, bevor du Scheiße baust. Wo ist Snake? Gumm mach mal. Ich hab keine Lust. Was? Wo ist Snake? Wo ist Snake? Ich hab Angst. Schieß nicht zurück. Ich helfe dir. Grievous ist eigentlich... Dann ist es Gumm! Nein! Oh ja, Tatsache. Scheiße! Wann war du? Ich hab halt die ganze Zeit auf Wanderer geschossen, nicht getroffen. Also, ja, ich hab ihn abgeschossen. Ja, aber du hast den Punkt nicht rausgeholt. Ja, ich weiß. Doch, ich hab zwei Punkte von ihm bekommen. Echt? Ich hab aber auch einen Punkt bekommen. Ja, auch fürs Töten hast du einen Punkt bekommen. Ahhhh! Oh Mann, Mann, nein! Ahhhh! Wie viele tausend Jahr spielen wir als TTT? Echt so. Ja, Wann war kennt das halt nicht. Der kennt das nur als Trailer die Seite. Das ist echt so. Detective ist für Wann war immer Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, genau. Ja, gut. Aber tatsächlich, diese Aussage war in dem Fall nicht nicht teilweise. Naja. Das ist eben wieder los aus dem Zusammenhang rausgerissen gewesen. Mann, weil im Moment ist es knapp 2025, also. Ja, wenn ihr das hochlädt. Ja, mittlerweile gibt's kein Internet mehr. Das würde schon geben irgendwas Neues. Hat Johanny gerade, ich wollte gerade sagen, hat er eine Taube. Alter! Traumlaube. Ja, direkt zu Beginn der Runde auf jeden Fall, Andi. Ja! Ja! Auf jeden Fall, die Traum. Einfach mal gönnen! Ja! Gönn dir, gönn dir! Warte mal, wer ist gerade hinter das Haus gelaufen? Ich! Ich zeig dir was! Ich hab vorher zur Runde einen schönen Spot entdeckt. Ach, bist du dir hier runtergefallen? Äh, ne, ich hab ne schöne, guck mal her. Ja. Guck, wenn du jetzt hier vorne langläufst, dann kommst du auf diese Plattform da vorne. Und da kannst du dann schön residieren. Ja, aber... Hab ich ja auch nix von. Ja. Ja. Bist unantastbar. Wow! Ach, sei nur Cent gewinnst du hier runter? Okay. Ne, ist es nicht. Ne, ne, war's nicht. Johanny war's glaub ich auch nicht, weil er hat getroffener für den Schiff. Ja. Oh, guck, der war voll der Metdarsteller. Ja, ein bisschen. Aber hier kommen wir nicht mehr hoch. Wer ist denn gestorben überhaupt? Ne, hier kommen wir nicht mehr hoch. Ja. Ne, nur so halt. Wer ist gestorben? Weiß nix. Ah, ich fang mal! Nein! Die Lawine! Ja, irgendeine Lawine! Was machst du? Das warst doch du, Johanny. Johanny war's. Ich hab getroffen, Mann, äh, Anne, das kannst du nicht wissen. Kein einziger ist so dumm und genützend. Ich hab' den Fanship-Beam aus dem Dior. Und, äh, ja, halt, äh. Und da kommt so schnell an. Ja, halt, äh. Ja, halt, äh. Oh, nix mehr drin. Nix mehr drinne? Scheiße. Ich muss gucken, ob, äh, Snay noch lebt. Ja, schläft noch, schläft noch. Ah, die Lawine hat dich nicht getötet. Wann war? Lebst du noch? Sehr gut. Hey, Kuh oder Snay? Ich bin hier... Also, ich vertrau' Snay. Ja, einer von euch beiden ist es. Andi hat einen Traitor im Krieg. Das sagt der Detective. Außer Wann war halt die Fresse, aber das ist... Das ist jetzt sehr ungünstig. Also, müsste es Mr. Wann war sein. Aber Andi will ich auch nicht töten. Obwohl, eigentlich, Andi kann ich locker töten. Aber Andi's proven, oder? Ja. Oh, okay. Okay. Kill'n Snay. Snay war zuletzt hier irgendwo, aber ich will nicht töten. Andi, pass auf, dass Kuh sich nicht auf einmal umlädt und dich umbringt. Zack, und Headshot. Wo ist der Wort? Ich hab'n das auf jeden Fall nicht. Huch, schießt auf mich! Der schießt auf mich und trifft mich! Lol, da gibt mir ins den Headshot. Das war, das war, das war ich, ja. Ich weiß. Geil, ich hab'n Friendship mit ihm getroffen. Äh, wir sind bei 20 Minuten, ne? Wir können jetzt... Ist die Map groß? Ja. Das ist lächelmäßig. Das ist der normaler Berg. Nein. Das ist in der Map. Nein, jetzt müssen wir RTV machen. Das ist in der Map. Oh. Axel, wie wär's? Ey. Madi. Fresse, hey! Was, ich sag' wir nehmen nach 20 Minuten? Wollt ihr ins Map gehen? Äh, das ist die letzte Runde. Ja, 20 ist, glaub ich, doch ein bisschen... ...humanter als 30. Ja, 25, oder? Ja, 25. Ja, mit der nächsten Runde sind's ja eh 25. Falls die Runde nicht kurz geht. Ja. Bei der Map, ne. Glaub ich jetzt den hier. Ja, die ist, glaub ich, wirklich etwas größer. Das war das Highlight meines Tages. Ich hab'n Friendship getroffen. Du hast'n Friendship getroffen, ja. Und ich sag' noch, ja. Gib's dir nur N16, oder war's... Nein, 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 nein. Ah, wenigstens Schotti. Hier gibt's alles. Oh, ich bin Detektiv. Alles, ah, Alter. Wer ist die... Oh, jetzt ist die Schotti weg. Oh. Die ist nichts mehr über. Äh... Exes... Was? Exe, wir haben gesagt, wir dürfen nicht als Detektiv oder etc. auf die Berge drauf. Ja, ich bin heute hier auf dem Berg drauf. Ich bin hier auf dem Berg. Aufs Haus kommen wir noch so. So. Da war ein Huhn. Da war ein Huhn. Wer ist ein Huhn? Da war ein Huhn. Aua. Das ist nichts zu tun. Ja, kommt nicht. Weiter, 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 weiter. Ja, du weiter. Hey, ich werd' angescheibert. Das ist Johanni. Nein, bin ich nicht. Er ist doch eine Jüge. Nein, Johanni ist eine Leiche. Johanni identifiziert die Leiche. Das Huhn. Oh mein Gott, ich brenne. Wow, es brennt. Ihr brennt. Johanni hat eine Friendship, der ist... Alter, wo ist der denn gelandet? Wo, 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 Johanni hat wirklich gefriendschipped? Hast du denn die Friendship gesehen? Der Friendship ist komplett verpackt. Ich hab Johanni... Ja, ich hab's gesehen. Der Friendship war komplett verpackt. Was? Hast du den Molly geworfen? Haha, du hast nicht, du hast ich nicht. Ich hab ihn geworfen. Echt? Shotgun. Ja, eh, Andi. Mach keinen Schein. Andi. Komm mal auf. Ah, das hab ich nicht getroffen, ja. Nee, 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 nee. Nee, ist okay. Beim Haus, beim Haus, nee. Nein. Aber der Friendship war voll verpackt, krass. Ja, das ist normal. Ja, der hat immer so eine, so eine kleine... Noll. So eine kleine Drehung. Das war ein schöner Headshot, oder? Ist da eine neue Karte bei? Nee, glaube ich nicht. Ja, ich wollte den selben Moment auch abdrücken. Ja, hey, hey, hey. Was ist die Produktion? Ja, ich würd sagen, die und das zentren, oder? Was ist die Produktion? Was ist die Produktion? Ja, danke fürs Zuschauen, tschüss. 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 Was ist die Produktion?